Guten Morgen Deutschland! Ja, Grüße aus dem leicht angezuckerten Sachsen-Anhalt heute Morgen. Liebe Leute, liebe Leute, die Empörung und die Aufregung ist groß und ich habe dafür totales Verständnis. Diese neun Männer, die sich da vergangen haben an der jungen Frau, dass nur einer von denen tatsächlich eine Strafe bekommen hat und der Rest im Grunde genommen nach Hause gehen darf. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das ist unmöglich. Aber, und jetzt kommt das große Aber, liebe Bundesbürger, erinnert euch bitte mal vor einem halben Jahr, vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, vor zwei, vor drei, vor vier, vor fünf. Seit vielen Jahren gibt es diese Urteile. Seit vielen Jahren gibt es diese Rechtsprechung. Und jedes Mal empört sich ganz Deutschland. Die Menschen empören sich, die Politik empört sich, die Altparteien empören sich vor allem. Aber es sind ja die Altparteien, die die Gesetze machen. Nicht wahr, liebe Bundesbürger? Und das ist das Problem. Diese Altparteien seit vielen Jahren machen erst die Gesetze möglich, die Richtern und Richterinnen dann dazu nötigen oder auch bringen können oder auch möglicherweise das Ganze gerne machen, dass sie dann solche Urteile sprechen können, liebe Leute. Denn Fakt ist, wir haben in Deutschland ein Jugendstrafrecht, was schon lange nicht mehr zeitgemäß ist. Ein Jugendstrafrecht, wo sogar 18- bis 20-Jährige noch drunter fallen können. Und das ist das Problem. Dadurch kommen solche Urteile dann von Richtern und Richterinnen zustande. Wenn man also in den letzten Jahren schon längst mal hergegangen wäre und hätte diese nicht zeitgemäßen Gesetze mal angepasst und hätte hier in Deutschland ein wesentlich härteres Strafrecht eingeführt und die Justiz und den Rechtsstaat mal ordentlich angezogen, und zwar in abschreckender Weise, dann würden hier auch ganz andere Urteile gefällt werden. Die Schuld, die liegt nicht bei der Richterin gestern. Die liegt auch nicht bei den Richtern. Sie setzen nur das um, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten umsetzbar ist. Das Problem sind die Altparteien. CDU, CSU, SPD, FDP, Grüne und Linke, die in Regierungsverantwortung seit Jahrzehnten sitzen und an diesen Gesetzen überhaupt nichts ändern. Sie empören sich. Sie empören sich jetzt wieder, dass eine junge Frau misshandelt wurde und dass diese Leute so billig davon kommen. Die Medien empören sich. Aber sie legen alle nicht den Finger in die Wunde. Sie reden wieder nur. Es folgen wieder keine Taten. Und das sind leider die Fakten. Und Fakt ist, diese Parteien müssten hergehen und unsere Rechtsprechung in Deutschland, unsere Justiz ändern, die Gesetze ändern. Das ist wie mit der Migration. Es wird sich empört, es wird geredet, aber es folgen keine Taten. Und das ist auch einer der Gründe, warum diese Altparteien, diese Politiker, die nur reden und nichts machen, warum die kein Mensch mehr braucht. Schönen Tag euch. 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 Vielen Dank.